Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar hat Supercell einen neuen Brawl Ball Map rausgebracht und dann dachte ich mir mal, komm, da Brawl Ball allgemein sehr gut mit meiner Community ankommt, testen wir mal einige Games. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, ob Poco hier gut ist, um ehrlich zu sein, ne Leute? Ich glaube nicht. Aber morgens ist Season Reset, ne, von daher ist es egal. Oh mein Gott. Hauptsache er kickt mich aus dem Ruhm, ne, obwohl er gestorben ist. Dieser Lappen. Ich bin tot. Oder auch nicht. So nervig, Crow. Was ist das für eine Map? Ist die neu? Ich kenn die gar nicht. What the heck? Ich weiß nicht, ob wir da ein Tor schießen konnten, aber... Ähm, ein bisschen... ...leicht los. Nice. ... ... ... ... Hey! Haha! Loll! auch mann und die Fakten trifft sogar alles anscheinend funktioniert Koko hier aber ich glaube Riko ist auch ziemlich stark hier ich kann nicht viel so viel machen als Riko mehr als Boko ich bin ja so mehr der Supporter Charakter das Gute ist ich kann chillen und muss nicht das kann ich nicht dort und es war gut gespielt aber ist leider kein Tor oder doch die sind ja absolut ok im Robber Riko so unehrfähig jetzt die man kenne ich von früher noch spielte Fortnite ich habe vielleicht sechs Spiele oder so gespielt nicht mehr das sind gute Leute ne Tor du musst jetzt bisschen aufpassen auf Gene weil Gene hat Ulti nein ich sterbe oh das war echt gesaved von dem das hätte ein Tor werden können sehr schön sehr sehr gut gespielt und Vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Map auf jeden Fall. Das ist eine sehr interessante Map auf jeden Fall. Wenn wir gegen jemand, weil ich jetzt immer Musik habe, ist das Tryhard. Ja, der stimmt direkt. Meine Musik gibt mir mehr Power. Das ist eine sehr interessante Map auf jeden Fall. Oh, nee. Eine Shelly kann ich alleine nicht treffen. Sehr schön. Das ist echt schwer. Also für mich gegen eine Shelly zu kämpfen, ist schwer. Aber auch für der Tara. Crow muss was. Ja, ich werde geconert. Oh Mann. Das erste Game hat 2-0 glaube ich easy gewonnen. Und das Game konzentrieren die sich echt gut. Ist echt schwer. Gucken wir mal, ob wir dieses Game auch gewinnen. Das hat Gene, ähm, Pull, ne? Okay, Tor. Tor, 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 Tor. Ah, nee. Ich glaube, hätte er ganz schnell geschossen, wäre das ein Tor. Oh, jawohl. Brawl. Brawl Balls sind immer alle Tryharders. Also das sind immer richtig harte Games. Also immer, meistens immer gegen gute. Bisher, also jetzt, heute. Okay, ich habe jetzt 7 Games gespielt. Gibt es, glaube ich, ein einziges Team, was ich nicht kannte. Sonst fanden es alles Top-Spieler. Zwar haben wir alle gewonnen, außer einen. Aber bei so einem Wetter und dann noch die Tryharders. Jesus. Morgen ist Seasonende. Chillt mal euer Leben. Ich habe gestern schon die ganze Zeit mit Champion gespielt. Heute jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Läuft. Oh, das wird jetzt... Oh, nein. Klappt momentan auf jeden Fall. Oh. Oh. Ich freue mich morgen auf Season Reset, Leute, ne? Erstens kriege ich 860 Tokens. Und zweitens kann ich 500 erfuschen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 Brawler 500, tatsächlich. Aber die habe ich auch gar nicht gespielt, glaube ich. Rico. Warte, Rico. Fällt gerade nicht ein, wer noch. Rico habe ich, glaube ich, echt gar nicht gespielt. Aber 0-0. In den zwei Wochen. No. Oh, das sind auch gute. Oh, wow. Bastian Milius. Zweiter Monat. Dankeschön. Bruder muss... Ist mein Gameplay so schlimm, dass du los musst? Äh, groß musst? Dass du los musst. Danke dir für deinen Reset. Ah, jawohl. Ah. Ah. Aufpassen. Oh. Oh, lol. Ich habe gedacht, er hat den Ball. Oh, no. Ich habe gedacht, er hat den Ball. Okay, ist toll. Jawohl. Sehr schön. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen kostenlosen Abo da lasst. Und mir einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vor doll. e Mal. Oh, Twitch. Imаш !! Ich binSerge. mit